Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Schick! Die Schweden-Royals strahlen an Victorias Geburtstag. Was für eine bezaubernde Familie! Die schwedischen Royals erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Vor allem Prinzessin Victoria, 45, und ihre kleine Familie stehen bei den Bürgern Schwedens hoch im Kurs. Mit niedlichen Auftritten verzaubern sie, ihr Mann Prinz Daniel, 48, sowie ihre beiden Kinder ihre Fans regelmäßig. Gestern feierte Victoria ihren 45. Geburtstag. Zu diesem Anlass schmissen sich ihre Liebsten ganz fein in Schale. Vor dem schwedischen Königspalast kamen die Royals für einige Fotos zusammen. Im Mittelpunkt stand selbstredend Victoria, die in einem wunderschönen Blümchenkleid bis über beide Ohren strahlte. Auch Töchterchen Estelle, 10, machte sich schick und trug ein süßes weißes Kleidchen. Victorias Gatte Daniel und Sohnemann Oskar, 6, verzückten im niedlichen Partnerlook, beide trugen beigefarbene Jacketts. Auch Familienoberhauptkönig Karl Gustav, 76, und seine Gemahlin Königin Sylvia, 78, waren mit von der Partie stolz, nahmen sie neben Geburtstagskind Victoria Aufstellung. Das Ehepaar präsentierte sich sehr farbenfroh an diesem Tag. Sylvia glänzte beispielsweise in einem bunten, blumigen Dressant rosafarbener Daunenjacke. Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.